WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Die Feuerwehr Köln ist um 17.24 Uhr zu einem Dachstuhlbrand hier nach Wittersdorf alarmiert worden. Die ersten Kräfte haben einen Dachstuhlbrand vorgefunden, haben dann das Alarmstichwort auf ein Feuer mit zwei Löschzügen erhöht. Das Feuer hat sich trotzdem auf den zweiten Dachstuhl ausgeweitet und dort konnten wir dann die Brandbekämpfung so vortragen, dass eine weitere Brandausbreitung auf weitere Gebäude verhindert werden konnte. Ja, das Feuer ist unterhalb einer Solaranlage ausgebrochen und das stellt schon eine Gefahr für die Einsatzkräfte dar, weil noch Strom sich auf dieser Anlage befinden kann. Da muss sie mit außerster Vorsicht vorgegangen werden. Die Einsatzkräfte müssen da Abstand halten, ein direkter Kontakt muss vermieden werden. Es muss ein Sicherheitsabstand eingehalten werden und dadurch wird die Brandbekämpfung erschwert. Das ist ein Sicherheitsabstand, das ist ein Sicherheitsabstand, das ist ein Sicherheitsabstand. Das ist ein Sicherheitsabstand, das ist ein Sicherheitsabstand, das ist ein Sicherheitsabstand. Das ist ein Sicherheitsabstand, das ist ein sortaes Abstand. Das ist ein providedkreis, das ist ein Sicherheitsabstand. Vielen Dank.